Musik Start! Servus beisammen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play mit dem Brennmeister Kirby und der Regenbogenpinsel. Wir haben beim letzten Mal den Roto-Waudi unter Wasser besiegt und sind jetzt im Rota-Vulkan-Level Level 6 angekommen. Weiter geht's. Brennende Geheimnisse? Die brennen mir aber auf der Zunge. Okay. Okay, die lösen sich auf, daran erinnere ich mich noch. Okay, da geht's nicht hoch. Zumindest nicht so wie ich's will. Jetzt hab ich grad überlegt, wie man das hier am besten macht, wahrscheinlich mit so einem Sprung. So. Nein, 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 wir kleben uns erstmal da fest. Genau. So. 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 Hup. So. So. Das ist einfach hier mehr. So. Nein. Nein. Ach komm. Was war das denn bitte? Na toll. Na toll. Ach okay. Kommen wir da irgendwie runter? Natürlich nicht. Kommen wir da irgendwie hoch? Ich sah irgendwo Sterne. Na. Ich bin gerade ein wenig angepisst. Was war denn das bitte? Wie konnte das überhaupt geschehen? Als er dann plötzlich... Ach. Manchmal sollte man einfach nicht fragen. Ein Eiscreme. Mitten im Vulkan. Mh. Lecker Eiscreme. Ich hab jetzt auch schon drauf. Au. Tja. Wie er aussieht. Okay. Also. Umnieten lassen sie sich. Quasi umnieten. Kirby. Ah. Ver... So. Zack. 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 Ja. Und das von ab will ich auch. Alter. Kacke albern. So. Das trägending da zeichnen den Bräunig. Der braucht schon sowas. Gut. Dass meine Wolle hier äh... auch ganze Lava aufhält. Ach komm. So war das nicht geplant. So nicht. Male nicht. Mal nicht möglich. Warte auf den Boden. Ah. Gut. Hätte ich jetzt fast nicht gedacht. Ah. Ach. Sieht verdächtig aus. Sternenspur. Haben sie recht. Sternenspur sieht immer verdächtig aus. Okay. Da geht es nicht weiter. Lass uns da mal ganz schnell fallen. Dann gehen wir hier. Flammen. Hm. Okay. Okay. Und jetzt... Machen wir so. Und holen uns die auch noch hoch. So. Und jetzt hat ich hier... Na, was machst du denn da, Kavi? Nein. Da. 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 Ich glaube nicht, dass das noch was wird. Nein. Hat sich recht. Verflucht. was macht jetzt wir machen hier kein 100 prozent let's play sondern ganz normales ok 99 das war knapp fast hätte ich nicht geschafft von meinen regenbogen pinselfarben links her ok das können wir machen häufig zeit geht wieder los na los in der letzten sekunde ist ganz einfach hier es ausschaut aber ich dachte schon wir kommen jetzt mitten in dem so wir warten kurz kommt schon die laba wieder langsam aber sicher nein ich habe keine mal kraft mehr vielleicht hat man es gehört wie ich hier versuche mit dem teil aus der stifte äh nach nicht linie zu ziehen das war eine sehr schlechte runde ich erwarten sollen bis alles wieder aufgefüllt ist quasi so malen wir das da oben so malen wir irgendwie hier nein zu lange gewartet zu lange gewartet sieht richtig aus nein 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 abstieg weiter machen nein wollen wir nicht natürlich nicht wer sind wir denn zack wir sind Kirby wenn wir es jetzt nicht schaffen dann lassen wir es einfach und warten hier drüben jetzt hätten wir es wahrscheinlich sogar noch geschafft ja das hätten wir locker noch geschafft war ja klar so ok da hinten rechts ist irgendwas musste ich doch hehehe ja ok halt 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 Kirby ok na toll jetzt habe ich nicht geschafft oben die blöde Glocke zu läuten ah Entschuldigung der Glocke auf sich hat weiß ich auch noch nicht wahrscheinlich für irgendwelche 100% LPs gut sein so da hat jetzt gerade irgendwas erschienen ein One-Up vielleicht ist die Glocke auch nur dafür da um uns ein One-Up zu geben so 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 Ich hab doch gerade noch geschafft. Was ist das denn? Gabi? Irgendwas passiert da? Na komm! Ah! Okay. Warum ist auch garantiert irgendwas? Ah, wer hat's gedacht? Ah! So! Oh, ein, 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 ein. Etwas. Nein! Nein! Boah, ist das gemein. Angebracht. 25. Oh, oh, oh. Okay. Okay. Nein! Da drüben kurz ausruhen. So. So. Dann noch hier. So. Und jetzt. Jetzt machen wir hier gleich. Zuck. Ah, Mist. Aber ist schon mal gar nicht so schlecht. Das heißt, wir können jetzt hier. Zack. Nein! 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 Das ist gemein. Das ist gemein, dass man danach noch warten, äh, den Körper noch retten muss. Nein! So. Oh, so. So, so, so. Genau, so. Brav gemacht, Köln. So, nein, 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 nein. Nicht, diesmal nicht, so. Das war das genau, was ich machen wollte. Schon anstrengend hier. So, wir sind im nächsten Abschnitt, nichtsdestotrotz. Gott, doch Gott, doch Gott, ist das gemein. Auf die verzichte ich jetzt einfach mal. So, warum das da durchkommt, sehe ich zwar nicht ganz, aber das tut das auf jeden Fall. So, okay. Oh, 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 oh. So, habt ihr euch so gedacht? Habt ihr euch so gedacht? Ich sehe das schon. Macht aber gar nichts, ich komme trotzdem vorbei. Ganz einfach, ehrlich, ganz einfach. Oh. Das ist aber ganz schön schnell, eben so langsam, nicht so schnell. Oh, was ist das? Was ist das denn? Das ist, wenn man ein gewohntes Kirby aufzufangen, wenn man diese Gondel auffangen muss. Kann ich so einfach bitte umdenken. Ist man so abgelenkt von dem, was da im Hintergrund geschieht? Okay, jetzt haben wir es eh schon verpasst, quasi. Das heißt, wir können hier einfach so machen. Oh, das war knapp. So, dann hängen. Kirby wird aus der Gondel geschleudert und noch weiterrollen. Juppa. Nein, nein, nein. Zack, meins. Das ist gar nicht so schlecht. Drei Tonen immerhin. Musikstück. Figur. Musikstück. Weiter. Und brennende Geheimnisse. 6-1 geschafft. Zurück zum Schlachtschiff. Okay. Wir können kein Amiibo. Das heißt, wir werden uns wieder verwandeln. Vielleicht wie ein Panzer-Kurby. Zurück zum Schlachtschiff. Hört sich so an. Oh, das Schiff hört sich an. Schiff an. Oh. Oh, was ist das denn? Was ist das denn für eine Welt? Weil die sofort untergeht. Aha. Okay. Ich hab fast gedacht, dass man ab. Was hab ich jetzt mal nicht gewohnt noch. Einfach ein Weil zu gefährlich. Kleiner K. Wir sollen ja nichts aufs Sterben hier. Das können wir auch gar nicht mehr. Okay. So, was werden wir jetzt? Tschuuu. Zur Rakete. Und düsen dem Ding da hinten voll in den Arsch. Okay, ja. Jetzt geht's wieder mit Richtung lenken. Also dieses ständig umdenken. Von wegen, dass man wie wohin drücken muss und sowas. Ah, okay. Okay. Zurück. Ich hab' eigentlich gedacht, dass wir jetzt sterben, weil wir ihn aufgehalten haben. Ah, gut. Please, Nintendo. Nicht so gute Musik machen. Okay, die können wir wegbomben, solange sie keine Dinger anhaben. Also das ist so gut. nachdenken hier dann da und dann da so so und so okay okay ich sehe schon wohin das frieren soll aber ich weiß mal ob da nicht irgendwo ein schatz ist das was sie uns wollen müssen anscheinend nur für nachkommen ich will ja den einstern den haben wir noch verdient so ich komm schon ok 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 ja und jetzt möchte die dinger davon und jetzt und jetzt ja ich sehe ich sehe als sie als sie ich sie plonk ok ich glaube jetzt echt noch die coole musik macht aber gar nichts macht aber gar nichts okay hier müssen wir jetzt die dinger hier wieder anmalen das heißt wir machen jetzt hier so und dann so und dann bekommen wir irgendwas ich mach mal ja zwar geht es dann da auf den holen wir uns auch noch diesmal und dann ja flucht egal dann fliegen wir mit normaler speed da hoch dann und push the button aber ich glaube wir müssen den basch kaputten komm schon kurbi push the button ahhhh schon wieder ok dann können wir uns wieder eine karte zeichne mit dem touchpen einen weg zum ausgang okay Okay, lass mal sehen, hier ist der Ausgang, der wird sich wahrscheinlich erst öffnen, wenn wir alles aufgemacht haben. Was wir fahren, ist hier, 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 hier. Ich zeichne das nur gerade im Kopf nach, also ihr seht noch nichts. Okay, also probieren wir es mal. Wir fahren am besten hier los. Wir spielen ja ab, da und da, 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 da. Da, da, da. Da, da. Da, da. So, so. Und dann so. Okay, das sieht irgendwie nicht so aus, als könnten wir das in 60 Sekunden schaffen. Oh, zu fix Hätte denn das gedacht Jetzt komm Nein Jetzt Oh, zu fix So Jetzt fliegt da hoch Nein Boah, ist das Das ist total Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang Nicht gut Nicht gut Habe ich das schon gesagt? Ja, noch acht Eins Und Tod Das Ah Der Anfang Da unten drin Der ist Echt übel Ob ich das jemals richtig hinkriege Wer weiß Okay, also noch einmal Wir fliegen erst hier 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 Dann fliegen wir mal da rein Okay Können also auch so Dinger zeichnen Sehr schön Dann sind wir hoffentlich irgendwo hier Jetzt übermalen wir wieder alles Fliegen hier 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 Irgendwie so Aber jetzt weiß ich ja Auf was ich achten muss Hier Hat mich immer schön Gerade runter Gerade rüber Gerade so Ey Dann gerade hier Ach komm Jetzt Flick Da Rein So So Nein So Zeit da Die Zeit da Hier Einmal Darum Einmal Hierum Larem Löffelstilum Ach Schon wieder nicht geschafft Schaffen wir nie Nie Boah ist das hart Allein dieses Ding da unten kostet einem Ewig Zeit Wenn wir das hinkriegen Äh ja Zeichnen einen Weg mit dem Touchpen Ja ja ist ja gut Ja ja So 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 Komm Ich glaube man muss da unten echt reinfliegen Sonst schafft man das dann nämlich gar nicht So Zack Zack Scheiß auf die Sterne Wir wollen nur Zum Ausgang kommen Noch vier So So Und dann zack und zack Und dann geht es hier nämlich hoch Kann man sich hier vielleicht noch Eben mit dem blöden Schatz holen Na egal Dann egal Erstmal schaffen Genau 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 So Da drüben jetzt Schatz Den können wir vielleicht noch holen Das müssen wir auch noch aktivieren Äh Zu fix Mach schon hinne Kirby Nein 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 Flick Okay Also ich habe jetzt nur raus Das ist ja kein Prozent Let's Play Und jetzt Okay Wahnsinn Richtig hektisch Jetzt zum Schluss Lange Dün 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 Nein Egal Macht klappt Ja, nur zwei Schatztruhen, aber das macht auch nix. Wie gesagt, kein 100% Let's Play. War von Anfang an meine Aussage, von daher. Vulkanpanik. Ja, 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 weiter geht's. Mit der guten alten Vulkanpanik. Ein oder zwei Level mache ich heute noch. Mal gucken, dann muss ich auch schon wieder schneiden. Und dann geht's auch schon wieder weiter. Ich muss ja auch noch mal PC irgendwann richten. Das wollte ich heute auch noch machen. Oder was heißt richten? Zumindest so weit wir herstellen. Okay, also es ist doch richtig, dass man die angreifen müsste. Staten wir es? Natürlich standen wir es, das wäre jetzt gedacht. Ein Wunsch ab. So. Gut. Und eine Mache Tomate. Die holen wir uns natürlich auf. Zack. Zack. Flonk. Lassen wir uns hier durch die Diegen ballern und baller, 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 baller. Sehr schön, sehr schön. Oh, Flonk. Da fällt er wieder runter. Oh, oh. Oh, oh. Und da hoch. Was ist das für ein cooler Sound? Oh, oh. Der wird jetzt hier bei Skyrim gelandet, was? Oh, ein Pizzastück. Feuer. 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 Ziemarkette. Kein Zeug mehr. Das macht uns gar nichts. Wir haben immer noch genug Zeug. Äh, 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 komm schon hoch. Ach, egal. Egal. Wir schaffen das schon. Auch das schaffen wir. Flonk. 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 Dann machen wir es hier auf dem Weg, heimlich hinten rum. Und dann hoch. Und dann geht's hier, und da, und dort. Und hier nach oben, und da rüber. Und da, da, hoch. So, geht auf. Zack, zack. Und Flonk, 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 Flonk. Äh. Mach schon, Kirby. Mach schon. Kirby. Oh mein Gott. Die Lava, Kirby. Sie kommen. Ich weiß gar nicht. Ich hab's so verpasst. Der, 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 der. Der, 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 der. Upa. Au. Au, 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 au. So, ab ins gute, alte Zeitspielchen. Oh. Das ist ganz hervorragend, das Zeitspiel. Ich kann die eh schon nicht mehr schaffen. Nein. Verschluft. Äh. Naja. 22. Ist fies, dass das anbraucht. Ne, man abzieht eigentlich. Also, eigentlich ist es fies. Eigentlich natürlich nicht, aber. Weil, man will's ja natürlich machen. Man kann dadurch ziemlich viel Leben innerhalb kurzer Zeit verlieren, weil man kann's ja immer wieder spielen. So wie ich jetzt. Ach komm. Ach komm. Nein. Mist. Wär das am Anfang nicht gewesen. Naja, egal. 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 Man soll sich nicht grämen. Einfach weiter machen. Man soll sich nicht zu viel grämen. Ist das da unten? Und jetzt? Achso. Juhu. Und noch ein extra Ding. So. Und einmal da runter. So. Und dann da hoch. Öh. Da gibt's nochmal ab. Ne. Voll nicht. Wohl wäre. Ist gar nicht so schlecht. Aber wenn ich Kirby jetzt noch in die richtige Position bringen würde. Dann würde sich das sogar lohnen. So. Und eine noch die Planate natürlich. Ist immer gut für einen. Die macht er mich groß und stark. So geht's weiter hier. Aber diese Hektik in diesen Spielen. Ah. Ah. Äh. Dali. 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 Aber Soundtrack ist cool. Immer nur. kleinem. Kleinem. Vorsichtigen. So. Chub. 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 Au. Das war gemein. Also das. 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 Klage ich an als Gemeinheit. Okay. 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 Ich seh. Ich seh. Ich seh. Ich seh. Ich seh. Was ich machen muss. Au. 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 Aber Kirby hatte ganz ihr Kopfschmerzen. nach dem Level. Oh. Armer Kirby. Ah. Bleib da. Meine Sternchen. Ja. So. Und weiter geht's. Nur zwei tun. Voll den toten Faden. Ach cool. Weiter. Weiter. Immer weiter. Vulkan Panik. Auch erstes erledigt. Jetzt auch mal den Guckler würde ich sagen. Viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Mit Kalmiras Feuermeer. Das gibt's auch erst beim nächsten Mal wieder. Wenn's da ist. Let's play mit dem Brennmeister. Kirby und der Regenbogenpensel. Tschüss. Viel Spaß.